Romina Palm geht es nach Stefano-Trennung besser denn je Romina Palm, 23, findet ihre Mitte. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hatte sich im März von ihrem langjährigen Partner Stefano Zarella, 32, getrennt. Seitdem hat sich im Leben der Influencerin einiges getan und sie wohnt mittlerweile alleine in einer Wohnung mit ihrem Hund Belou. Offenbar hat das Liebeshaus viele neue Möglichkeiten für sie eröffnet. Denn Romina geht es derzeit richtig gut. Auf Instagram stellte sich die 23-Jährige den Fragen ihrer Fans und gibt dabei zu. Ich war noch nie so ausgeglichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dass sie wieder richtig Freude am Essen habe und es total genießen könne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017